Euch zeig ich, was Camping heißt. Padeus will wirklich mit uns beiden campen. Gleich seht ihr, wie ein richtiger Profi-Camper das macht. Hier hätten wir mein fernbedienbares und selbstaufbauendes Zelt. Seht zu und lernt was. Das war klasse, muss ich sagen. Aber wie kommst du da rein? Ja, sieht irgendwie zerknittert aus. Es ist noch nicht aufgebaut, ihr Idioten. Äußerst geschickt. Genial. Jetzt lockert er den Boden auf. Ja, wie tückisch. Schreibt das auf, schreibt das auf. Voila. Ja. Okay.